So, was kommt als nächstes? Es müsste Blizzard-Battle kommen. Ja. Die müssen wir auf jeden Fall mit Max machen. Max ist für die meisten Gefechte der beste Co. Okay, sagen wir mal loslegen. Wieder laut Guide-Drivel zu wieder improvisieren. In diesem Fall brauche ich den Guide. Okay. Für das Level müsste er auch ziemlich gut funktionieren eigentlich. Move your tank for north to east. Tank for north to east. Das ist... Moment mal. Eins, zwei, drei, vier... Genau, das müsste hier sein. Your mid-tank north of your tank. Ja. Your two infantry and... Your two infantry and east-mech north. Two infantry north, the east-mech is D here. Genau. Und... Und load your remaining mech into your APC and move your APC one east for north. One east for north. So. Ausladen oder drin lassen? Und drop your mech north. Okay. Crate and infantry. Hättest du noch machen müssen. Okay, im Moment. Dann machen wir das nochmal von vorne. Ja, du musst auch warten, bis ich sage, fertig. Okay, ich bin zwar mal schon bis langsamer. Und ich muss... Ich habe halt ziemlich schwierige Schwierigkeiten, was bei Englisch gelesen. Äh, keine Sorge, ich habe mir den Zug gemerkt. Alles klar, Norden. Weil das war ja jetzt auch nicht besonders... Halt! Falsch! Gut. Wozu habe ich jetzt Safe State gemacht? Die muss noch mit nach Norden, ne? Infantry in welcher Base? Von east for north and drop in your neck north. Crate and infantry. Crate two infantry. Okay, two infantry. So. Attacks west mech with your mid tank from the south. The west mech is D here. West mech with your mid tank from the south. Yep. Das hammer. And the remaining mech with your tank from the south. Move your north mech north west. Die north und mech. North west. Äh, north west ist da. Ja, meistens in die andere Richtung. Your remaining mech east, äh, east? Yep. Your east infantry north and... Warte, ja, north. Genau. Warte mal kurz. Ja, ich warte. Ja, ich warte. And load your remaining infantry into the APC and move it to east for north and drop the infantry north. Move your two factory infantry north and trade to infantry. So, dann haben wir das. Okay, das war's. Day three. Attack the... Attack the tank with your mid tank from the south. I'll do that. Okay, just a few miles. The rocket launcher with your... Uh, yeah. The rocket launcher with your tank from the north. Oh, dann schneid's nech der Ruf. End the tank with your remaining mech from the west. Begin capturing the northwest city with your mech. Northwest city with mech. This is the one here. Move your... Wait, I have to look at it so that I won't lose the title. Move your north infantry one north to east. Yeah. The first two infantry you created east and the infantry on the factory north. Halt. Irgendwas zum herstellen noch? Ja, ich... Äh, north. Move your north infantry... Warte, ne, hab ich schon. Ich hab's ja schon, ne. Ja. Äh, crate to infantry. Okay. muss man auch in verdrehen machen es ist eine karte das ist eine capture map hier gewinnt derjenige der zuerst mehr als die hälfte der basen besetzt hat schmühstur ich habe gehört die machen spiele ja so nächster tag das ist ja noch ein tag hier ist in tag 4 okay tag 4 attack the mid tank with your mid tank from the west s after read with your tank from the boss you and that tank with your back from the west Mh Move your first batch of infantry east Mh Second, warte mal Jep Das sind die zwei 2nd Badge of Infantry North Caption, oder nicht? Und 3rd Badge of Infantry North Und 3rd Badge of Infantry North Finish Capturing the Northwest City and move your remaining Infantry East Irgendwas bauen? Äh, nee. Finish. Ich hab so... Ich weiß nicht, warum ich gerade so Probleme habe, wie die Zeile zu halten bei dem Text. Das habe ich doch normalerweise auch beim Lesen doch auch nicht. So, Day 5. Day 5. Day 6. Live your Mințare mit dir mit ihr. 10. 10. 10. 12. 13. 13. 14. infantry from the north begin capturing the second northwest city move your remaining mesh east move your east infantry east east infantry warte ich hab schon wieder ich das ist unglaublich markierst hier mit der maus wo du warst ist die stelle begin capturing the west south rich city west south rich city jub bei mir steht gerade das gilt macht nichts ich gebe dir nach dem level eine neue beschreibung neue dingen es gibt wieder für tun aus national ich glaube der meint infanzi weil ich keine mehr habe weil ich keine weiteren max habe also dass das das lassen wir mal als fehler mit drin und you to remaining in country also hier steht wieder max aber ja wahrscheinlich rauf und caption oder nicht also einfach nur noch gut ja dann gehen wir einfach nur noch irgendwas irgendwas kreaten mhm nein das war ente so müsste schon sein so ich habe keinen späer den ich mit irgendeinem mech angreifen kann ich kann den reckon bestenfalls mit meinem tank angreifen oder mit meinem tank entweder das oder ich improvisiere ab hier wieder entweder das oder ich improvisiere ab hier wieder also ich gehe einfach mal davon aus dass er statt den mech den tank meint das wird nämlich dann sinn machen der infanzi der west ist der britische mit tanken von vertreten ich improvisiere ab hier zur not der infanzi der britische tanken von vertreten ja das ist ja das geht jetzt nicht mehr der infanzi der autobridsch noch oft recht auf die mech ich improvisiere ab hier lassen ich müsste gar nichts mehr oder laut laut guide wie gesagt ich im provisierter so zickig waren die level aber auch schon lange nicht mehr den lasse ich da besser mal stehen hier und hier aus sollte es ja auch nicht mehr allzu schwer sein da hat skype rausgehauen skype ich habe es kapiert und da ist auch das ts weg ach ja wie ich mein internet manchmal liebe hier und wo 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 naja machen wir erstmal dieses läppel hier fertig und dann schaue ich mal was mit meinem internet gerade los ist ich glaube ich muss eh mal ganz kurz den router resetten wie das gerade aussieht ja ist sogar noch ein s rangekommen fürs improvisieren am ende so so also ich mache jetzt hier mal ganz kurz ne pause und ich resettel mal kurz meinen router wir sehen uns gleich wieder äh so ja